Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen 3. Die Zeiten, Leute, auf Tecarigo, Apoetus, Zaccarico. Oder so. Zaccarigrito. Ich weiß gar nicht. Wir freuen uns gerade ein bisschen mit den Leuten hier an. Wir lernen hier die Leute ein bisschen kennen und gucken mal, was es hier so schönes gibt. Ein paar Soldaten. Viele Leute gibt es hier nicht. Wie bist du denn? Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Nachtwache und noch suchst du was? Bestimmt das? Hier gibt es echt nicht viele Leute, ne? Hier ist schon ziemlich leer. Naja, okay. Gehen wir mal hier oben noch gucken. Hier oben habe ich noch gar keinen gesehen, beziehungsweise auch mit gar keinen gesprochen. Hallo, Süddeut. Das sind alles nur... Nachbaracken. Okay, ich quatsch mal mit den Typen da vorne. Oder wir gehen mal auf das riesige Schiff. Wir gehen mal auf das riesige Schiff. Oh, hier ist ein Teleportstein. Yeah. Geht doch. Das sind wir hier meine... ...Gulibärchen essen. Perfektion ist 150 von 300. Was das mal sein soll. Ja gut, bis ganz davor. Bis zum Schiff kommen wir eh nicht. Aber wir können uns das hier mal anschauen. Schickes Ding auf jeden Fall. Unbesetzt. Wäre eine Schande, wenn das jemand mitnehmen würde. Bei uns, du sagst nichts. So, und das ist... Ja, das ist... Erste Insel, Risen 2. Nachdem man da irgendwie... ...dieser Burg... ...das Tutorial gemacht hat, kommt man hier hin. Aber ich habe Risen 2 nie wirklich großartig gespielt. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Takarigua wurde von Schattenwesen heimgesucht. Eine Totenkopfhöhle ist aus dem Boden gebrochen. Da sind sie rausgekommen. Das Piratennest im Osten der Insel wurde als erstes zerstört. Und wäre Kommandant Sebastiano uns nicht zur Hilfe geeilt, wären wir vermutlich schon tot. Unter seiner Führung sind wir bis ins Innere der Höhle vorgedrungen, aber... Aber was? Der Kommandant hat den Rückzug befohlen. Die Leute wurden evakuiert und der neue Befehl lautet, Puerto Zaccarico verteidigen. Das ist doch nicht alles. Nicht ganz. Der Wächter Horas, unser Gefangener, ist abgehauen. Wenn du irgendwas über ihn weißt, dann musst du es unverzüglich melden. Sonst noch was? Der Gouverneur de Fuego ist weg. Außerdem... Außerdem sind ein paar Leute desertiert. Und ihr habt noch alles im Griff? Ich sagte doch, wir haben Schwierigkeiten. Okay, ähm... Ich weiß zufälligerweise, wo dieser Typ ist. Dieser de Fuego. Eine Sache noch. Äh... Was denkst du über die Sache mit Gouverneur de Fuego? Eines Morgens war er nicht mehr da. Er muss irgendwann nachts das Lager verlassen haben. Was weißt du noch? Sprich mit den Wachen. Vielleicht hat ihn einer gesehen. Ich weiß so, wo der ist. Dieser Wächter Horas, den ihr sucht. Ja? Was weißt du über ihn? Er ist einer von denen, die sich den Magiern angeschlossen haben. Sie nennen sich selbst die Wächter. Warum habt ihr ihn eingesperrt? Das fragst du den Kommandanten am besten selbst. Aber das spielt auch keine Rolle mehr. Er ist weg. Wo mag er wohl sein? Wir haben zwar Leute da draußen, aber bisher keine Spur von ihm gefunden. Um ehrlich zu sein, Es würde mich nicht wundern, wenn er irgendwo in der Nähe ist. Wenn du der Wächter Horas wärst, wo würdest du dich verstecken? Wenn du der Wächter Horas wärst, wo würdest du dich verstecken? Na, am Strand irgendwo. Da hätte ich Puerto Sacarico und unser Schiff immer schön im Blick. Vom Strand aus könnte man jeden unserer Schritte sofort bemerken und entsprechend reagieren. Den Strand im Süden von Puerto Sacarico habt ihr aber schon nach Horas abgesucht. Ja? Äh, haben wir? Ich weiß nicht genau. Wir müssen ja auch noch das Lager gegen die Schatten sichern. Also wenn wir mehr Männer hätten, dann... Schon gut. War ja nur eine Frage. Erzähl mir was über die Deserteure. Vasco und Severin haben sich unerlaubt von der Truppe entfernt. Und wer von euch wurde damit beauftragt, sie wieder einzufangen? Ich weiß es nicht. Kommandant Sebastiano erteilt hier die Befehle. Lass mich mit Sebastiano sprechen. Ich sagte doch, der Kommandant will nicht gestört werden. Mach hier keinen Ärger. Wir haben schon genug Schwierigkeiten. Aber es ist wichtig. Meinst du, ja? Und was ist so wichtig, dass ich dich vorbeilassen muss? Ja, das werde ich ihm schon sagen. Ich lasse mir was einfallen. Das ist jetzt vielleicht nicht so die optimale Lösung, aber... Das werde ich ihm schon sagen. Ja, aber erst wirst du es mir sagen. Also, was gibt's? Aha, ja. Ich habe die Fuegos Leiche gefunden. Ich habe Gouverneur die Fuegos Leiche gefunden. Der Gouverneur ist tot? Na schön, du kannst rein. Aber sei vorsichtig. Der Kommandant ist... Sagen wir, er war schon mal besser drauf. Also leg dich nicht mit ihm an. Ja, ja. Ich habe Bones dabei. Schau dir mal diese Kampfmaschine an. Oh, geht schon wieder. Okay. Wie jeder hier so ein Äffchen hat. Ich will auch so ein Äffchen. Gut. Ich mach nichts. Alles gut. Alles cool. Hier, guck mal. Eine Truhe. 35,80. Okay, Rockford. Ich gehe mal nach oben. Du, bist du etwa einer dieser Dämonenjäger? Hör zu, ich. Erzähl mir nichts. Du bist doch einer von denen. Das merk ich doch. Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Tschüli Vanilli. Ich bin im Namen des Friedens. Namen der Liebe. Jetzt halt mal die Füße still. So sprichst du mit einem Kommandanten der Inquisition? So jemand wie du hätte es nie in unserer Reihen geschafft. Ja, na klar. Genug davon. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Ja. Du bist also der Stadthalter dieser Insel, ja? Nein. Normalerweise ist Gouverneur Di Fuego der Stadthalter hier. Doch der Feigling ist einfach abgehauen. So, so. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Kerl. Er ist es nicht wert. Jetzt habe ich das Kommando übernommen. Und das ist alles, was du wissen musst. Klar? Da wäre noch was. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur? Er ist tot. Hm. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So? Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Okay. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, ne? Der wird einfach mal unterschlagen, hier, der Gouverneur. Wie kann ich helfen? Wenn du hier bist, um zu kämpfen, wirst du dafür bezahlt, wie es sich für einen Söldner gehört. Wofür willst du mich bezahlen? Soldat Severin ist desertiert. Er und noch so ein Kerl. Wasco. Und? Und? Deserteure werden erschossen. Du kannst die beiden aufsuchen und das erledigen. Ich werde die Deserteure für dich erledigen. Das will ich hoffen. Ich weiß nicht, ob wir in Zeiten wie diesen nicht darüber nachdenken sollten, uns nicht gegenseitig umzubringen. So was will ich hier nicht hören. Ihr führt meine Befehle aus. Oder ich lasse euch als Deserteure töten. Mensch, Skinner, ey. Hast du sonst noch was? Hast du sonst noch was? Horas, ein Wächter, hat sich bei uns eingeschlichen. Finde den Mistkerl und sag mir, wo er sich aufhält, damit wir ihn exekutieren können. Warum bist du so scharf darauf, ihn umzubringen? Er ist ein Dieb. Er ist in mein Haus gekommen und hat mich bestohlen. Und dann ist er abgehauen. Aber warte nur, wenn ich mit dir fertig bin. Dann wirst du dir wünschen, du wärst... Oh, ein Versetzungsschreiben. Gold. Oh, da kann ich sogar reingucken. Okay, ja. Übersees schlachten. Der misst Kalk. Das war ein Fehler. Dann habe ich gesprecht. Scheiße. Das ist doch kacke. Dann habe ich gesprecht. Oh, nee. Oh, nee. Geht doch. Bla, 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 bla. Jetzt will ich das nochmal machen. Ja. Hätte ich mir gesprecht. Weil ich das scheiße nicht geklaut. Okay, dann muss ich warten bis Nachtlösser und schleiche ich mich da mal rein. Du, 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 du. Halt! Kommandant Sebastian! Äh, ja, 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 ja. Meins. Je, halt. Ich decke was. Wenn du na, halt. Ja. Waffe weg. Hoppala. Entschuldigung. So der Entscheidung. Du, 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 du. Ich hoffe, du weißt was. Ich bist. Das. So, so. Ja. Genug. E. B. Äh, 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 äh. Na. So. Äh, äh. Oh. Da. E. So. Na. Äh, 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 äh. Fitt. Hm. Ich. Die. So. Hoppala. Wenn du die Waffe wegsteigst, fimmst Ärger. Wunderbar. Mach hier keine Dummheiten. Nein, 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 nein. Mach ich nie. Ich habe gelernt. So, ich brauche ein Bett. In dem ich schlafen kann. Und dann werde ich versuchen, das Versetzungsschreiben zu klauen. Äh, ich brauche nur ein Bett. Eigentlich. Ich speichere mal schnell an dieser Stelle. Du hast den Poato, Sakkari. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wenn du weiter so auffällig bist, wirst du nicht besonders alt. So, bis Mitternacht schlafen. Dann werde ich mich mal durchschleichen. Also ich werde es einfach mal probieren. Ich werde es mal probieren. Bones. Warte. Ich werde jetzt die Gunst der Stunde, der Nacht. Jetzt geht es schlafen, nämlich der Kerl. Ich stehe einfach ganz unauffällig hier an der Tür. Und kann nicht schleichen, weil ich... Okay, die haben sich alle schon schlafen gelegt. Ich versuche einfach mal so hier einfach so wie... Ganz normal durchzulatschen. Dann werde ich mir das Versetzungsschreiben unter den Nagel reißen. Ist da wer? Nein, 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 nein. Es ist niemand hier. Es ist alles gut. Es ist wunderbar. Psch, 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 psch. Hallo Rockfort. Okay, da haben wir schon wieder was... ...erledigt. Für die netten Leute. Jetzt kann ich mich beruhigt schlafen legen. Komm mit, Bones. Komm mit. Sicher. Ist da wer? Nein, 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 nein. Alles gut. Alles gut. Bones tut mir irgendwie ein bisschen leid. Wenn ich mich immer... Wenn ich mich schlafen lege, dann steht er da und startet die Wand an. Ein bisschen traurig, aber ich meine, so ist er halt, der Bones, ne? So ist er halt. So, wer war das denn? Rodriguez war das hier. Rodriguez, guck mal, ich hab da was. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig, äh... Ich meine, danke, Mann. Keine Ursache. 100 Gold. Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Ach so, natürlich. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Ach so, hättest du mir natürlich die Vorhersagen. Was kann ich von dir lernen? Was kann ich von dir lernen? Was möchtest du wissen? Musketen lernen. Fernkampf 30. Ob für die Jagd oder den Krieg. Du hast eine ruhige Hand oder ein gutes Auge. Der Musketentall entsteigert sich um 10 pro Stufe. Büchsenmacher. Donnerflinte lernen. Der Cooldown für Gewehre wird merklich gesenkt. Kugelsicher, Staps. Schnaps brennen. Kostet 2000 Gold. Und ich könnte dann meinen eigenen Schnaps herstellen. Ich glaube, das investiere ich mal. Das war easy. Das hätte sogar ich hingekriegt. Okay, jetzt warte mal. Jetzt will ich mal kurz hier gucken, wie das so abläuft. Ich habe ja hier einen Brennkessel. Rezept für Schnaps. Der Schatten. Da brauche ich Zucker, Geisterpilz, Jadestein. Super ruhig, kriege ich den Zucker her. Blick der Schatten, Wirkungsdauer. Warte dich vor Schattenwesen. Ah, okay. Alles klar. Warte mal. Der kann doch brennen hier, ne? Der kann doch schwarz brennen, der Kerl. Der hat doch bestimmt auch ein paar Rezepte für so ein bisschen Fusel und sowas. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Ein Fechtschwert, Stoßklinge. Eine Bombe. Ich glaube, wir erst mal eine Bombe von einem Kerl. Nix. Super. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Zu Risen 3, Titan Lords. Bis dahin sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch eine positive Bewertung. Und mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.